7 Übung A4 Hören und lesen Sie den folgenden Text. Wo ist der richtige Weg zum Glück? Sehnt sich der Mensch nach einem angenehmen Leben, nach möglichst viel Glück? Die Antwort lautet, ja, jeder will so viel Glück wie möglich. Beweis dafür sind unter anderem die vielen Ratgeber, die man zum Thema Glück kaufen kann. 365 Ideen für das kleine Glück oder der Weg zum Glück, um nur einige zu nennen. Doch die Tatsache, dass es so viele Bücher über das Glück gibt, ist auch ein Signal dafür, dass unsere Suche nach dem Glück nicht besonders erfolgreich ist. Wären wir glücklich, würden wir keine Ratgeber kaufen. Doch wie findet man den richtigen Weg zum Glück? Mit Geld vielleicht? Glück kann man kaufen, behauptet die Lottogesellschaft. Glück kann man nicht kaufen, beweist die Realität. Untersuchungen zufolge sind viele Lottogewinner nach einigen Jahren wieder genauso arm wie vor ihrem Glückstreffer. Oder nehmen wir die Geschichte von Marianne aus Hannover, die als 48-Jährige sechs Richtige im Lotto ankreuzte. Sofort erfüllte sie sich ihre Herzenswünsche. Sie kündigte ihren Job als Sekretärin, ließ Freunde und Verwandte am neuen Reichtum teilhaben, kaufte sich eine Eigentumswohnung, reiste nach Afrika, in die Karibik, nach Marokko und wurde doch nicht glücklich. Ich langweile mich entsetzlich, erklärte sie nach drei Jahren, deshalb würde ich gern wieder arbeiten. Als Glücksbringer scheint das Geld wenig Glück zu haben. Wir kaufen uns Sachen, die wir nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die wir nicht leiden können, sagt der Psychologe Gerhard Susen. Doch wenn es nicht am Geld liegt, wenn Geld allein weder glücklich noch unglücklich macht, woher kommt dann die unerfüllte Suche nach dem Glück? Die Antwort ist sehr einfach, häufig aus uns selbst. Viele Menschen verfolgen Strategien, mit denen sie sich selbst unglücklich machen. Sie haben alles, Geld, ein gesichertes Leben, beruflichen Erfolg, aber keine Zufriedenheit. Sie wollen noch erfolgreicher sein, sich noch weiter qualifizieren und glauben, je mehr sie sich anstrengen, desto glücklicher werden sie. Doch wer so denkt, hat sein Unglück festgebucht. Denn die Anstrengungen reichen natürlich niemals aus. Kapitel 7 Übung A12 Glück und Zufriedenheit Hören Sie das Gespräch zweimal. Was ist richtig, was ist falsch? Kreuzen Sie an. Herzlich willkommen zu unserer Sendung Ratschläge für jeden Tag. Heute ist unser Thema Glück und Zufriedenheit. Unser Gast ist Frau Dr. Mitschke. Guten Tag. Guten Tag. Frau Mitschke, Sie arbeiten als Psychologin und haben schon einige Bücher zum Thema Glück und Zufriedenheit veröffentlicht. Sind Sie selbst glücklich? Ja. Ich liebe meine Arbeit. Deshalb bin ich glücklich. Aber ich denke, so geht es den meisten Menschen, die einen Beruf ausüben, den sie mögen. Was also ist für Sie Glück? Arbeit? Arbeit? Eine Arbeit zu haben, die man gerne macht. Das ist sehr wichtig. Sie gibt einem das Gefühl, dass man etwas Nützliches tut. Wichtig sind aber auch die Beziehungen zu anderen Menschen. Familie, Partner, Kinder. Können Sie unseren Zuhörern sagen, welche äußeren Bedingungen noch notwendig sind, um ein glückliches Leben zu führen? Arbeit nannten Sie ja schon. Wie ist es mit Geld? Materieller Wohlstand ist auf gar keinen Fall das Wichtigste. Man kann natürlich sagen, dass im Durchschnitt reiche Menschen glücklicher sind als arme Menschen. In den USA und in Großbritannien gaben bei verschiedenen Umfragen unter den reichen Leuten 40% der Leute an, dass sie glücklich sind. Bei den Armen waren es nur 28%. Aber interessant ist, dass sich dieser Anteil der Glücklichen in den letzten 50 Jahren nicht verändert hat. Also, obwohl die westlichen Industrienationen immer reicher werden, wird die Gesellschaft insgesamt nicht glücklicher. Spielt die Politik beim Glücklichsein eine Rolle? Ja. Vergleichsstudien zeigen, dass es den Menschen in Gesellschaften, in denen der Einzelne etwas zählt und mitbestimmen kann, also in einer Demokratie, besser geht als zum Beispiel in einem autoritären System. Sind Frauen glücklicher als Männer? Nein, da gibt es keine großen Unterschiede. Welche Rolle spielt das Alter beim Glücklichsein? Ganz jungen Erwachsenen und älteren Menschen geht es offenbar am besten, wie unsere Untersuchungen zeigen. Zwischen 25 und 45 scheinen wir weniger glückliche Jahre zu haben. Vermutlich liegt das an den äußeren Bedingungen, die uns dann belasten. Kinder, Kredite, Karriere und so weiter. In diesem Alter ist der Druck, etwas zu erreichen, besonders groß. Vor allem der Druck, den wir uns selbst machen. Das Streben nach immer mehr Erfolg, der Vergleich mit den anderen, ist auch ein Teil des Drucks. Muss man nicht auch Glück haben, um glücklich zu werden? Sicher. Wenn man Glück hat, ist das kein Nachteil fürs Leben. Trotzdem kennen wir viele Menschen, die zeigen, dass zufälliges Glück und zufälliger Erfolg allein noch nicht glücklich machen. Nehmen Sie zum Beispiel Filmstars. Die können Erfolg und Anerkennung haben und versinken trotzdem in Depressionen. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, von denen man sagt oder denkt, dass sie kein Glück im Leben haben. Zum Beispiel Menschen mit einer Behinderung. Aber viele Behinderte empfinden in ihrem Leben genauso Freude und Glück wie nichtbehinderte Menschen. Also das zufällige Glück ist eben nur eine äußere Bedingung, die nicht automatisch zu mehr Zufriedenheit oder Freude am Leben führt. Welchen Tipp geben Sie unseren Zuhörern mit auf den Weg? Glück ist für mich die Freude am eigenen Leben. Je lieber jemand so lebt, wie er lebt, desto glücklicher ist er. Also, mögen Sie das, was Sie tun. Das ist meiner Meinung nach die wichtigste Voraussetzung für ein glückliches Leben. Kapitel 7, Übung A20 Umfrage Was erzeugt bei diesen Menschen Stress? Passt der Satz zu Sprecher 1, Sprecher 2 oder Sprecher 3? Hören Sie die Situationen. Mein Problem ist, dass ich sehr wenig Zeit für meine Familie habe. Ich komme gegen sieben Uhr müde nach Hause und möchte mich entspannen. Aber ich kann es nicht. Mein kleiner Sohn will mit mir spielen und meine Frau möchte sich mit mir unterhalten. Ich weiß, dass meine Familie mehr Zeit verdient und es stresst mich, dass ich ihren Erwartungen nicht entsprechen kann. Aber sie müssten mich auch verstehen. Wenn mein Chef mich fragt, ob ich heute länger im Büro bleiben kann, traue ich mich nicht, Nein zu sagen. Jedes Mal, wenn ich eine Fremdsprache sprechen muss, bin ich gestresst. Und mit diesem Stress kann ich gar nicht umgehen. Zum Beispiel war ich letzten Freitag zu einer Party, zu der auch viele Franzosen eingeladen waren. Ich lerne seit drei Jahren Französisch und ich mag die Sprache. Trotzdem finde ich es schwer, mich mit Franzosen zu unterhalten. Obwohl ich im Sprachkurs solche Gespräche geübt habe, war ich am Freitag sehr angespannt. Plötzlich habe ich alles, was ich gelernt habe, vergessen. Zum Glück waren die Leute auf der Party sehr nett und nach einem Glas Wein konnte ich schon besser sprechen. Aber diese ersten Minuten haben bei mir solch einen Stress erzeugt, dass ich weggehen wollte. Also, ich habe kein besonderes Problem. Bei mir löst einfach alles Stress aus. Am schlimmsten ist es, dass ich mit dem Stress überhaupt nicht umgehen kann. Deshalb habe ich oft Kopf- und Bauchschmerzen. Wenn der Zug eine Verspätung hat, wenn ich eine Präsentation geben muss, wenn zu Hause etwas kaputt geht, könnte ich vor Stress explodieren. Ich weiß, dass es keine gesunde Einstellung ist, aber ich glaube, ich bin nervös geboren und daran kann ich leider nichts ändern. Kapitel 7 Übung B5 Hören und lesen Sie den Text Der Feind hinterm Gartenzaun Der Feind wohnt hinter dem Gartenzaun. Streit zwischen Nachbarn gab es schon immer, doch seit einiger Zeit nimmt er immer absurdere Formen an. So erschoss ein Lehrer aus Unna mit einem Luftgewehr den Papagei seines Nachbarn. Angeblich hatte der Vogel ihn beleidigt. Ein anderer Mann versuchte, die vier Hunde seiner Nachbarin zu überfahren, und in Chemnitz schlug ein 95-Jähriger seine 77 Jahre alte Nachbarin krankenhausreif. Sie stritten sich um ein paar Äpfel. Nachbarschaftskonflikte vergiften das Klima zwischen Menschen, die Haus an Haus oder Tür an Tür leben. Oft streiten sich Nachbarn über Jahre und sind nicht in der Lage, den Konflikt beizulegen. Die Deutschen haben es verlernt, Konflikte zu lösen, sagt der Sozialpsychologe Volker Linneweber von der Universität Marburg. Unser Leben ist insgesamt sozial ärmer geworden. Die Nachbarschaftshilfe hat an Bedeutung verloren. Die Familien sehen miteinander nur noch fern. Gemeinsame Freizeitaktivitäten gibt es nicht mehr. Der Nachbar wird als Bedrohung der eigenen Privatsphäre empfunden. Bei einer Umfrage fand der Psychologe heraus, dass nur 20% nichts an ihren Nachbarn auszusetzen haben. Im Gegensatz zu südeuropäischen Ländern, wo der Streit lautstark ausgetragen wird und man sich danach wieder versöhnt, werden in Deutschland oft langwierige und komplizierte Prozesse vor Gericht geführt. Dabei gibt es in der Regel keinen Gewinner. Besonders schwierig scheint im Streitfall eine Einigung mit Menschen zu sein, die viel zu Hause sind. Für sie wird der Streit am Gartenzaun oft zum Lebensinhalt. Das neue Riechen für die Anfangskraft sind es synthetisch,